hallo leute hallo leute herzlich willkommen hier bei einer neuen ausgabe vom landwirtschaftssimulator 17 von der map süd hemen version 10 ja heute machen wir mal folgendes und zwar wollen wir heute mal den tabak machen wir die weize ab und hängen uns mal den düngerstreuer hinter und dünge nahe den tabak den wir denn wenn er erntereif ist zur zigarrenfabrik bringen an kippen an kippen sei schon anhängen und ab zu feld da du nicht denn den tabak eigentlich wollte ich den da erst nicht stimmen weil ihr wisst ja und chemikalien und bla und aber um den ertrag besteigern mache ich das so fahren wir mal dahin mit 8 tabak kann man da lagern sehe ich gerade bei heu und stroh so mal gucken ob wir hier 9 auch düngen mit bei haben sieht ganz so aus und dann legen wir mal hier los und dünnen mal das tabak feld und machen denn mal die slow motion an beziehungsweise timelapse und dann sag ich mal film bis zum nächsten 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 so freunde das sollten hier mit dem düngen spezial vom tabakfeld gewesen sein abo da lasst ein like da lasst ein comment da und schaut mal unten rein in die video beschreibung dort findet ihr amazon links und ich würde mich sehr freuen wenn ihr dort mal reinschaut und über diesen link was kauft und in diesem sinne bis dahin